Hi, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit Jedipedia. In dieser Schlafgut-Folge lese ich euch den Jedipedia-Artikel vor zu Rune Heco, der treue Gefolgsmann des Vizekönigs Newt Gunray, der zur Zeit der Klonkriege lebte. Bevor ich den entsprechenden Jedipedia-Artikel vorlese, möchte ich, dass du dich noch mehr entspannst und in einer für dich gemütlichen Position zur Ruhe kommst. Wenn du soweit bist, lass uns zusammen dreimal tief ein- und ausatmen. Atme ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Viel Spaß beim Hören und Schlafgut. Rune Heco war ein Naimodianer vom Planeten Naimodia, der zur Zeit der Klonkriege lebte. Er war ein treuer Gefolgsmann des Vizekönigs Newt Gunray von der Handelsföderation. So stand er ihm auch im Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin während der Blockade von Naboo und anderer Angelegenheiten als Attaché und juristischer Berater unterstützend zur Seite. Trotz seines misstrauischen und verängstigten Charakters zählte er auf der Höhe seiner Karriere zum inneren Beraterkreis der Handelsföderation, als sich diese der Konföderation unabhängiger Systeme anschloss. Obwohl er es immer befürchtete und die Konsequenzen seines Handelns immer abzuschätzen vermochte, konnte er sich nicht aus dem Strudel der Ereignisse befreien, der ihn ins Verderben führte. Im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin wurde Rune Heko auf dem Planeten Mustafa von Darth Vader mit dem Lichtschwert ermordet. Biografie Sogar Colonel Caver Tepps, der Berater des obersten Kanzlers Velorum, erkannte die grenzenlose Falschheit des Neemoidianers Rune Heko. In einem Bericht für interessierte Parteien, den Tepps im Auftrag des obersten Kanzlers schrieb, ging er auch kurz, aber präzise auf Heko ein, indem er mahnende Worte an republikanische Unterhändler richtete, um sie vor Heckos arglistigen Versuchen zu warnen, Geschäfte zu schließen. In der Tat war Heko eine zwiespältige Persönlichkeit, denn im Hintergrund gab er sich stets unerschrocken und skrupellos, während er sich in direkten Situationen völlig angespannt, nervös und ängstlich gab. So wurde ihm nur selten Vertrauen geschenkt, und selbst die Neemoidianer hüteten sich davor, Heko in jedweder Angelegenheit zu trauen. Tatsächlich war er ein Meister der Manipulation und des Betrugs, sodass die Galaktische Republik nur einen leisen Verdacht hegen konnte, dass sich Heko für zahlreiche dubiose Operationen verantwortlich zeichnete. Heko nutzte seine geheimen Kontakte beispielsweise, um einen Kopfgeldjäger auf den stellvertretenden Vizekönig Hath Monsha zu hetzen, was mit dessen Tod endete. Als Attaché und juristischer Ratgeber arbeitete Rune Heko eng mit Vizekönig Newt Gunray zusammen. Allerdings verlief ihre Zusammenarbeit alles andere als reibungslos, was vor allem daran lag, dass sich die beiden in der Gegenwart des jeweils anderen immer etwas unwohl fühlten. Allerdings war Heko von dem Vizekönig in gewisser Weise abhängig, denn er hatte in Gunrays Nähe und insbesondere nach dem Eriado-Vorfall rasch an Macht und Einfluss gewonnen. Besonderes Misstrauen überkam Heko hingegen im Jahr 32 vor der Schlacht von Javin, als er sich darauf einließ, bei den Plänen von Darth Sidious mitzuwirken. Der Sith-Lord sah vor, den idyllischen Planeten Naboo aus Protest gegen die Besteuerung der einstmals freien Handelsrouten durch die Republik zu blockieren und zu besetzen. Schnell erkannte Heko das große Gefahrenpotenzial, das von Sidious ausging und war auch bald mit der Situation überfordert. Dies führte immer wieder zu kleinen und sinnlosen Streitereien zwischen Gunray und Heko, da der Vizekönig seinen Berater nicht selten als Besserwisser abstempelte, während Heko die Vorgehensweise Gunrays stets als zu hastig, unüberlegt und unvorsichtig empfand. Sein Naturell zog es vor, im Hintergrund zu agieren und indirekt zuzuschlagen. Die Blockade konnte schließlich im Zuge der Schlacht von Naboo zerschlagen werden, so dass Heko und Gunray in der Folge verhaftet und auf Coruscant vor Gericht gestellt wurden. Auch nachdem sich die Handelsföderation später Graf Duku und seiner Konföderation unabhängiger Systeme anschloss und ihre Streitkräfte im Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin in die Klonkriege führten, stand Heko, dem Vizekönig, beratend zur Seite. Obwohl er sich in Sidious Gegenwart nicht sehr wohl fühlte und vor Gunray auch häufig seine Furcht vor den Konsequenzen zum Ausdruck brachte, war doch seine Gier nach Profiten der Grund dafür, diese Gefahr in Kauf zu nehmen. Schließlich wurde ihm das zum Verhängnis, als er im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin zusammen mit dem Rat der Separatisten nach Mustafa zog. Heko, der zusammen mit Newt Gunray und Red Tambor in einen Konferenzraum geflüchtet war, nachdem Darth Vader alle anderen Separatistenführer getötet hatte, stolperte er über einen Stuhl und wich vor dem Sith zurück. Er konnte es nicht glauben, dass ein Jedi dermaßen handelte und flehte verzweifelt um sein Leben. Mit einem schnellen Hieb seines Lichtschwerts tötete Vader den Namoidianer und wandte sich Wet Tambor zu. Hinter den Kulissen Rune Heko wird in der Star Wars Prequel Trilogie von gleich drei verschiedenen Schauspielern verkörpert. In Episode 1, Die dunkle Bedrohung, wurde Rune Heko von Jerome Blake dargestellt, während sich für Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Alan Rusko seiner Rolle annahm. Sandy Thompson spielte den Namoidianer schließlich in Episode 3, Die Rache der Sith. Außerdem hatte der Namoidianer in jedem der Filme eine andere Maske. Synchronisiert wurde Rune Heko in den deutschen Versionen aber jeweils von Karl-Heinz Oppel. Dieser Podcast wurde produziert von Nikolas Antohevic und ist verfügbar unter der Creative Commons Lizenz BYSA 4.0. Der vorgelesene Artikel ist unter der GNU Free Documentation License auf jedipedia.de verfügbar. Abonniere doch den Instagram Account www.schlafgutmitjedipedia www.schlafgutmitjedipedia www.schlafgutmitjedipedia